Und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Aufnahme, Lifeless Planet. Ja, ähm, in der letzten Folge waren wir irgendwie hier an dem Wasserfall oder Staudamm oder was auch immer das ist. Piloten an den Rohren nicht weitergekommen. Hab dann neu geladen und dachte ich mir, okay, ich erinnere mich daran an den Spruch, folge den grünen Spuren. Hm, ich hab leicht verstopfte Nase, Entschuldigung. Ähm, ja. Wir werden nochmal den Spuren führen. Folgen. Oh, nein! Oh, nein! Aua! Shit! Was für ein Folgenauftakt. Okay. Hopp! Nein, nein! Sag mal, bin ich jetzt so blöd darüber zu springen oder was? Was soll der Scheiß? Komme ich da nicht anders runter? Verdammt! Alter! 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 Oh, krass, ey! Äh! 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 Nicht! 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 Alter! Wie blöd kann man sein? Nein! Oh, Gott sei Dank, wenigstens bin ich hier. Oh Mann! Muss doch hier einen anderen, naturellen Weg geben. So. So. Gehen wir mal hier runter. Äh! 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 Da ist es nicht so steil. Äh! Okay, hier. Okay, hier. Äh! 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 Ich glaube, hier lang. Okay. Äh! Vorsicht! 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 Aua! Und... Ops! Äh! Ne, hier geht's nicht lang. Hier geht's lang. Oh! Hier ist ein Rohr. Äh! Äh! Wieso... Äh! 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 Na! Äh! 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 Ich vermute mal, ich muss in das Rohr da rein. Kann ich speichern? Äh! 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 Aber hätten wir mal geschafft. Ja! Ich wurde auch in der letzten Folge gefragt, ähm! Was für ein Genre dieses Spiel ist? Pfff! Kann man so schlecht sagen. Irgendwie Jump'n'Run und... Action-Adventure... Und Mystery... Ich... Kann nicht genau sagen, was für eine Sparte das sein soll. Ich finde es an sich Interessant Es ist mal was anderes Ja Zumindest finde ich es auch interessant Zu erfahren wie es weiter geht hier Hoppala Ich würde nämlich auch gerne wissen Wer diese Frau da ist Die wir gesehen haben Oh, da ist was Neues Na Der Damm Der Damm ist stabil Und unser Reservoir wird uns am Leben erhalten Es wundert mich Wie wenig sich die Taktiken der Kolonisierung In hunderten von Jahren verändert haben Wir benötigen noch immer Nahrung und Wasser Um zu überleben So wie Holz, Stein und Stahl für den Schutz Es spielt keine Rolle Ob wir ihn auf einem feinen Planeten Oder eine Insel in der Nordsee bauen Das Wichtigste ist überleben Ja Überleben Das ist richtig Ja Ah Mann Wieso ist meine Nase zu Leicht verschnupft Kein Wunder bei dieser Kälte So Na Hopps Ich denke mal Ich bin auf dem richtigen Weg Schade Dass ich meine Jetpack Action hier nicht mehr habe Hoppala Aber es wird es schon irgendwie geben So Was mich auch mal interessieren würde Was das für ein Planet ist War das alles Haben das alles die Russen gebaut Die müssen ja schon ziemlich lange da gewesen sein Ziemlich lange Oh Ziemlich großes Wasserarsenal Ja Ein Tor Äh Hallo Ich würde gern da rein Wieso komme ich denn Nicht rein Scheiße Und jetzt Ah Warte mal Hier gibt es einen Weg Uah Shit Aber der ist doch Der ist doch Luftdichter Anzug Da müsste man doch schwimmen können Jetzt hör mir doch auf Höh Ne So Jetzt gehe ich gleich mal hier runter Höh So Und was genau Hat es mir jetzt Gebracht Äh Äh Höh Ach warte mal Vielleicht habe ich Glück Und ich komme hier lang Ah Das sieht gut aus Ja Das sieht sehr gut aus Bisschen hackelig Ah Ich bin auf der anderen Seite Cool Ah Jetzt juckt es mir an der Nase Verdammt So Oh Hier sind wieder die Spuren Haben wir hier Kann ich jetzt von der Seite es drauf machen Nein Nein Auch nicht Nein Okay Folge den grünen Spuren Ich folge Hoffentlich nicht irgendwo eine Falle Oh 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 Äh 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 Hä Äh Was Wie Äh Wo Wo dann lang bitte Äh Äh Auch hier wahrscheinlich Äh Ups Äh Nein Verdammt Das muss aber klappen Das muss gehen Äh Äh Das geht Boah die Musik ist wieder mega geil Nein 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 Toll Aber ich glaube Ich hätte sowieso runter gemusst also Oh was ist das denn Ops Uäh Uh Kraftwerk Ich schaue mich erstmal ein bisschen so um Packelt gerade ein bisschen Hallo Hallo Äh Irgendwelche Notizen oder so Nur extrem laute Musik Äh Ah cool Was Oh Da ist ein Blitzdings Bäh Ui Ach was haben wir denn hier Äh Was Was ist denn jetzt kaputt Ja dann lese ich mal vor Roboterarm Der mobile Roboterarm Funktioniert endlich Wir fanden heraus Dass herkömmliche Batterien In der Nähe der Strukturen Nicht funktionieren Dann schlug ein Junior Techniker vor Das grüne Feuer Selbst als Energiequelle Für den Arm zu verwenden Nach Wochen der Arbeit Waren wir endlich erfolgreich Der Arm bezieht tatsächlich Energie Aus den Strukturen Eine perfekte Lösung Für unsere Ausweglose Situation Äh Was für ein Roboterarm bitte Roboterarm Oh guck mal Was ist das denn Status Mobiles Roboterarm System erhalten Und wie funktioniert das Ding Moment Moment Optionen Schauen wir ja kurz mal Mobil Roboterarm M Oder Gamepad Bewegenarm Extendarm E Einfach ein Q Ah Aha Aha Okay Moment Muss ich testen M Was Das 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 Wir sind sehr glücklich, dass wir auf diese Planeten hier bereits existieren. Wir haben eine Reihe, die wir in die Elektroenergie haben, um alle unsere Werteilung in Elektroenergie zu erzeugen, die wir schnell wie unsere eigene Eigenschaften haben. Aber es ist interessant, dass die Systeme управления, um diese Systeme zu starten, sind für sehr hochwertige Menschen, viel hochwertige als Mensch oder Mensch, Das ist das, was wir hier befinden können. äh, ungewöhnliche Ressourcen, Größen vielleicht schon Leben vor den Russen hier gewesen ja, was ist das hier? äh ja, gut, das hätte ich jetzt auch so gemacht ähm Roboterarm, äh, und jetzt? hab ich jetzt den? Kann ich den jetzt, äh ähm, äh, geht nicht muss ich jetzt wieder runter? äh, Vorsicht ups also zumindest hab ich jetzt was an der Seite sieht aus wie ein Arm hui Blitzdings oh ähm äh äh, 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 Vorsicht hab ich schon mal gesagt, dass ich irgendwie tierische Angst vor irgendwelche Elektrizität habe? äh, 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 okay und was soll ich jetzt machen hier? oh, ist das laut hier krass aha was ist das? aha hier ist ein Schalter da drücke ich den mal was, äh, was passiert jetzt? Das sieht aber nicht aus wie aus Menschenhand Sieht seltsam aus Ich glaube, hier wird aus dem Stein Energie gewonnen Sieht zumindest danach aus Es soll mir egal sein Ich gehe einfach mal hier lang Oh Das sieht nicht gerade stabil aus Glück gehabt Ich dachte, da falle ich jetzt runter Irgendwas Irgendwie Was ist das? Ach, guck an Ah Okay, pass mal auf Äh Hä? Hallo? Ah Äh, 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 was? Ah, okay So, und jetzt Kann ich jetzt den greifen? Na, nimm doch So Hä? Ja, hallo? Ich möchte gerne den Stein hier nehmen Äh, äh Ne Moment So Äh So, 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 so Ach, jetzt habe ich den, okay Hoch mit dir Vor Und loslassen Äh, hallo? Äh, hallo? Hast doch mal den Ah Hallo? So Hast jetzt du, äh Okay Kann ich jetzt hier raus oder Äh Ah, ja Okay Ich glaube, das Ding hat jetzt Strom Oder? Nicht? Doch Eigentlich, äh Von der Seite Passt Ist genau Ist genau drin Müsste eigentlich funktionieren Äh Ja, ähm Ja, Plattform Schalter Ja Ist jetzt, äh Nicht unbedingt aufregend hier Mit so einem Arm Ist ein bisschen tricky Den zu bedienen Aber nicht unmöglich So Auf jeden Fall scheint es jetzt Strom zu haben Äh, hallo? Danke So Ich finde die Spiegelung cool im Helm, ne? Das ist geil Gefällt mir So Na gut Och ne Schon wieder Sprunganlagen Hops 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 Total witzig Hops Hops Äh Okay Hier einmal runter Äh Sieht ein bisschen kaputt aus hier Ähm Hallo? Höh 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 Kann ich hier mit dem Arm irgendwas machen? Moment Muss ich mal testen? Nein Kann ich nicht Höh 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 Wie soll Höh Wie soll ich denn da bitte Hä Hä Wie soll ich denn da durchkommen? Nö Nö Geht doch mal Weg Nö Nö Geht nicht weg Hä Wie komme ich denn da durch? Hier Gibt's Keinen Weg Hä Und jetzt komme ich nicht mehr zurück oder was? Äh Hä Wo geht's denn hier weiter? Jetzt ähm Habe ich ein Problem Ah warte mal Ne Da unten nicht Oder? Da unten vielleicht? Guck mal Ne Never Hä 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 Ich will hier durch Hä Nein Da komme ich nicht durch Hä Wie soll Hä Was soll denn der Scheiß? Also es muss doch irgendwie einen anderen Weg geben hier Oder auch nicht Oh Was ist das? Hä Oh Oh man Es ist manchmal hilfreich Sich mal in der Gegend umzuschauen Okay Schnell weg Und bumm Hallo Bämst Komm ich jetzt durch Ja ich komme durch Hallo Was? Äh Alles nur Schrott hier Ähm Das sieht auch recht kaputt aus Ich glaube da kann ich nix machen Was haben wir denn hier? Äh Dachte ich schon ich muss auf dem Drahtseil Äh Drahtseil hier entlang balancieren oder was? Hahaha Äh 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 Oh ich will hier nicht rüber Ähm Okay ich gehe rüber Aber das Mach ich in der nächsten Folge Ich danke fürs Zuschauen Und ähm Freue mich wenn ihr wieder einschaltet Besucht mich doch gerne mal auf der Facebook Seite Unten sind die Links Unter dem Video Vielleicht folgt ihr mir auch Äh per Twitter Und schaut doch gerne mal Meinen YouTube Partnern vorbei Wie zum Beispiel Nini Gaming Der freut sich bestimmt Dann sag ich mal Tschö mit Ö